Ihr sucht einen Spot, um schick essen zu gehen? Where2Go hat die Lösung für euch. Ich bin Edda. Ich bin Lea. Und wir vertrauen nur auf die Empfehlungen unserer Freunde. Und deshalb zeigen wir euch heute unseren Lieblingsspot in Frankfurt. Also wir lieben es, Vorspeisen zu bestellen und die dann zu teilen. Hier ist so eine kleine Auswahl, was wir eigentlich immer bestellen, was uns sehr gut schmeckt. Wie zum Beispiel der Trüffel-Spinatsalat, den es nicht überall gibt. Sehr besonders und sehr lecker. Oder zum Beispiel auch den Mango-Chicken-Salat mit Cashew-Kern. Auch super für alle, die keinen Fisch mögen oder Fisch essen. Oder auch Fried Mandu mit einer scharfen Soße. Auch sehr lecker. Für die, die keinen Alkohol trinken, habe ich den Muriki-Mix. Ist super lecker, ist eine Litchi-Limonade. Und kann ich nur weiterempfehlen. Und für die, die Alkohol mögen, empfehle ich die Kante. Das ist ein alkoholisches Getränk mit Tequila und Limettensort. Das ist ein alkohol. Das ist ein alkohol. Das ist ein alkohol. Das ist ein alkohol.